Hallo. Ja, heute ist so ein Tag, wo ich nicht traurig bin, aber ich wollte heute einfach mal sagen, was es wirklich ist. Heute ist das neue Jahr und ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und jedem Einzelnen von euch sage ich Danke. Ich möchte sagen, jeder einzelne Zuschauer von euch ist die Nummer 1, aber eins möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Und zwar, wenn ihr meinen Kanal schaut, dann schaut ihn anständig, intensiv. Von mir aus teilt auch den Kanal Link, aber oder auch die Videos, wenn sie euch gefallen. Aber, was ich noch sagen möchte, was ganz, ganz wichtig ist, jeder der sich von mir ein Video runterladen sollte, darf es nicht wieder auf YouTube hochladen. Das ist ganz wichtig. Und was ich noch dazu sagen möchte ist, ich mag euch alle sehr und danke euch, dass ihr mal einschaltet. Und ja, in diesem neuen Jahr wird hier ein neues vieles kommen. Wie ihr wisst, kommt auch demnächst wieder mal am Abend die neuen Folgen ab 1. Januar. Und ja, um 19 Uhr. Aber jetzt möchte ich erst mal sagen, danke, danke, dass ihr immer bisher dabei wart, mich unterstützt habt, eingeschaltet habt und dass euch gefallen hat, was ich getan habe. Danke dafür und euch allen ein weiteres, schönes Jahr 2022. Und ich hoffe euch, dass es euch weiterhin gut gehen wird und dass ihr ein tolles Leben haben werdet. Und wenn ihr das habt, entscheidet doch wieder ein, hier zu meinem Gehirn. Denn ihr seid das Beste. Und ohne... ... 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